Hallo und willkommen! In meinem Bouquetismus Video habe ich ja letztens ein Büchelchen Bibel, Koran und Wissenschaft von einem französischen Arzt erwähnt, einem Maurice Bouquet, der vor etwa 50 Jahren von einem korrupten und skrupellosen Moslem angeheuert wurde, um die dann gemeinsam dem Islam einen immensen Schaden zugefügt haben, indem sie den Koran unter das grelle Licht und Mikroskop der diversen Wissenschaften gezerrt haben. Und ich werde, also jetzt als Bouquet Koran und Wissenschaft, eine Kurzfassung dieses Büchelchens mal Stück für Stück durchgeben und dann mit Hilfe der jeweiligen wissenschaftlichen Bereiche analysieren und dann kommentieren. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass dieses Büchlein hier die Grundlage war für das Imperium von einem Sakir Naik, von Harun Yahya, von Yusuf Es, der Shamsa Tzorzes und so weiter und so weiter, die unheimlich viele naive und gutgläubige Menschen damit beeindrucken konnten und sie mit diesen Falschaussagen gefüttert und betrogen haben. Dieses Video, jetzt Bouquet, Koran und Wissenschaft widmet sich dem Inhalt und soll ehrlichen Anhängern des Islam helfen bei der Entscheidung, was Wahrheit und was Lüge ist. Das hoffe ich zumindest. Weil in England zum Beispiel sind selbst die geistig etwas benachteiligten Islamogeten schon weiter und geben mittlerweile zu, dass die Wunderbehauptungen völliger Blödsinn sind. Vielleicht kriegen wir ja auch die Islamapologeten, also die Islamogeten in Deutschland. Auch vielleicht kriegen wir die soweit. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Die Version des Bücherismus, die ich benutze, ist hier eine Zusammenfassung. Die ist auf Deutsch, konzentriert sich auf den Koran. Die Bibel wird im Gegensatz zum Original hier ignoriert. Es sind also lediglich 54 Seiten, im Gegensatz zum Original mit über 170 Seiten. So und ich werde jetzt einfach mal die Seiten einblenden. Das heißt, es wird im Vorwort eine Broschüre genannt und soll den Islam repräsentieren. Interessant ist der Hinweis, dass der Autor ursprünglich Texte des Islam benutzt hat, die nicht authentisch waren. Was genau hat sie denn als authentisch oder nicht identifiziert? Wer hat das entschieden? Und warum waren diese in der Originalversion enthalten, wenn sie doch falsch sind? Gibt es denn jetzt hier auch noch falsche Texte? Oder warum gibt es überhaupt falsche Islam Texte? Warum bedarf das Original einiger Korrekturen des Materials, wenn es doch historisch ist? Wenn es nicht stimmt, ist es doch nicht historisch. Okay, also wenn der Koran eine Offenbarung eines Gottes ist, wie kann dann ein Mensch das noch effektiver machen? Ist dieser Gott denn wirklich so inkompetent? Warum überhaupt bedarf die Botschaft eines Gottes einer erneuten Darstellung? Kann der Gott das nicht selber und erheblich besser als Menschen? Na ja, leider gibt es keine Antworten auf diese Fragen. Leser müssen es einfach akzeptieren, so wie es hier drin steht. Und hier der Zusammenfasser, der Bilal Phillips, der das hier zusammengefasst, ich kann es leider nicht anders ausdrücken. Es ist ein einfältiger Trottel, den ich schon öfters widerlegt habe, der sich allerdings selber als intellektuell bezeichnet, im Grunde genommen aber nur alte Kamellen aufwärmt und dann als Copy-Paste an ahnungslose Zuhörer verteilt. Als professioneller Moslem redet er halt viel, verdient viel, aber er sagt eigentlich nicht wirklich etwas. Und die Broschüre selber geht dann los mit der Behauptung, dass es eine Studie gegeben haben soll über Physiologie und Fortpflanzung im Koran. Gibt es diese Studie? Na ja, mir ist jedenfalls keine bekannt. Und das wird dann auch nicht irgendwie weiter ausgeführt und wird auch nicht belegt. Und eine unbelegte Behauptung kann ohne Beleg abgelehnt werden. Also mache ich genau das. Gut, die nächste Behauptung ist, dass es im Koran Ideen gibt, die erst in modernen Zeiten entdeckt und bestätigt wurden. Gibt es diese? Ne, ist mir ebenfalls nicht bekannt und wird auch nicht weiter ausgeführt. Eine unbelegte Behauptung kann ohne Beleg abgelehnt werden. Na ja, Gott, da mache ich halt. Und jetzt kommt, na ja, ein toller Satz. Mitglieder einer medizinischen Gesellschaft über Themen, welchen die Grundzüge dieser Themen bekannt waren. Geht es noch schwammiger, noch vager? Wann? Wo? Wer waren diese Mitglieder? Welche Gesellschaft? Welche Themen? Welche Grundzüge? Oh Mann. Also normalerweise, weißt du, Islam apologierten lassen doch keine Gelegenheit, Ausnahmen zu nehmen und einfach nur um anzugeben. Und hier ist alles basierend auf irgendjemandem irgendwo, der irgendwem irgendwas gesagt hat. Toll. Na ja, gut. Also wie werden die wagen und mehrdeutigen Behauptungen im Koran denn hier bezeichnet? Na ja, als dieser höchst akkuraten Auszüge aus dem Koran. Na gut, ich behalte das vor allem im Hinterkopf. Er beschwert sich, dass es keinerlei Referenzen zu wissenschaftlichen Inhalten in den alten Analyse der Exegese findet. Na, weil die da nichts Relevantes gesehen haben. Es sind theologische Märchen. Sonst doch nichts. Im nächsten Absatz musste ich laut auflachen. Hier steht allen Ernstes, es wurde ein Forschungsprojekt entwickelt. Was stellt man sich jetzt darunter hervor? Egal. Es besteht aus Bükei und seinem Buch, Bibel, Koran und Wissenschaften. Und das war es. Das war das gesamte Forschungsprojekt. Oh nee, weißt du, aus 1976, was unehrliche Muslime noch heute propagieren. Aber das war doch schon damals von echten Wissenschaftlern. Wurde das doch heftig entweder widerlegt oder einfach nur milde belächelt. Sonst gab es doch keine Reaktion darauf. Und auf Seite 8 kommen wir jetzt zu einem zentralen und fundamentalen Punkt. Naturwissenschaften und Islam sind Gegensätze. So gegensätzlich, wie es gegensätzlicher gar nicht sein könnte. Der Islam besteht doch nur aus null Fakten. Nur Glauben. Blindem Glauben. Und Wissenschaft besteht doch nur aus Fakten. Ohne jeglichen Glauben. Und jetzt das Komische, weil Wissen im Islam und laut Koran ist das Wissen um den Koran. Sonst nichts. Es wird zwar ständig und andauernd so getan, als ob der Koran und im übertragenen Sinne auch der Islam zu Forschung und Akkumulation von Wissen auffordert. Dem ist aber nicht so. Nur der Koran und die Texte des Islam zählen. Und daher ist der Koran ja auch so rückständig und so grauenvoll falsch. Bouquet versucht dieses Manko in ein Merkmal zu verwandeln. Indem er wissenschaftliche Aspekte als Möglichkeit einer Belegung des Islamgottes zu gebrauchen, was ja völlig absurd ist. Was mich eher traurig stimmt, ist der Ausflug ins Idiotische mit der Behauptung, es könne ja kein Zufall sein. Was meines Wissens nach noch nie jemand behauptet hat. Ein sprichwörtlicher, primitiver, simpler Strommann. Bouquet lehnt dann auch noch die Evolutionstheorie ab. Naja, was mich auch nicht brunnen, das verwundert mich ja nicht. Stattdessen behauptet er einfach, dass Struktur und scheinbares Design einen übernatürlichen Schöpfer, Schrägstrich Gott, zwingend benötigen. Belege? Keine. Auf Seite 11 geht dann das Kopfschütteln. Bei mir ist es so richtig los. Ich brauche wissenschaftliches Wissen, also ich brauche also das Wissen, um das wissenschaftliche Wissen zu verstehen. Echt? Also wenn mir ein Gott etwas Wissen vermittelt, ist doch das Wissen über dieses Wissen nicht Bedingung. Kann doch nicht Bedingung sein. Ich war doch nicht in der Schule, um mein vorhandenes Wissen zu bestätigen. Also der oder die Verfasser des Korans, die werden ja als inkompetent und als Clowns dargestellt. Außerdem, wenn da steht, Allah schickt Regen runter, dann hilft mir da doch nicht, den Wasserkreislauf zu verstehen. Da brauchst du ein bisschen mehr zu. Und auf der nächsten Seite, hier auf der Seite 12, wird das Lächerliche noch lächerlicher als überhaupt möglich. Mensch, es muss doch ein wesentlichen Quäntchen Authentizität vorhanden sein. Ich kann doch nicht so tun, als wenn ich Wissenschaftler bin und Wissen vermitteln möchte, um dann zu sagen, ich werde keine wissenschaftlichen Theorien bemühen, sondern nur hundertprozentiges Wissen. Das ist doch ein sofortiges Eigentor mit Eigen-K.O. Und was folgt, ist der typische Bükeismus. Der Begriff aus Wasser, also aus dem Koran, wo hier dreimal steht, aus Wasser, wird nach Bükei die Version aus dem Wasser, also der Ursprung aus dem Wasser. Was aber so nicht im Koran steht. Das wird einfach rein projiziert. Das ist dann dieser pure Bükeismus. Und die Wort-für-Wort-Version des Arabischen schreibt ganz klar aus Wasser. Die traditionellen Gelehrten schreiben in der Exegese alle aus Wasser. Bükei schreibt zwar noch, dass der Koran ein religiöses Buch par excellence bleibt, vergisst aber, dass die wenigen Grundlagen, die dort stehen, korrekt sein sollten. Was ja nicht der Fall ist. Bükei verliert sich hier auf Seite 13 in Wischiwaschi und esoterischem Mamba-Jamba, redet von Reflexionen, Anspielungen, Daten von wissenschaftlichem Atheismus. Oh, hier ist alles kompletter Blödsinn. Dabei merkt ihr irgendwie nicht, dass er mit der Behauptung, der wissenschaftliche Atheismus wolle besitzte Gesellschaft entreißen, das Geständnis steckt, dass Religionen genau das machen oder genau das haben, genau das tun. Der ganze Hohn, die Heuchelei und die Lügen, die kommen hier zum Vorschein. Weil er behauptet jetzt, durch meine Nachforschungen habe ich konstant versucht, objektiv zu bleiben. Also ich habe keine Ahnung, wen er damit beeindrucken will. Er lügt wie gedruckt. Er dreistet sich dann von Wahrheit zu reden. Er sagt ganz klar, dass der Koran eine Offenbarung des Islamgottes sei, bleibt aber trotzdem Christ. Er behauptet auch, der Koran sei geprüft und authentisch, während die Bibel verfälscht sei, bleibt aber trotzdem Christ. Komisch, ne? Er wiederholt Teile des Standardmärchens, die Muslimen erzählt werden, über die Entstehung des Korans, wie auf Seite 14. Aber die können doch gar nicht stimmen. Und das habe ich ja wiederholt demonstriert. Und das tut ja auch hier gar nichts zur Sache. Also gehen wir weiter. Seite 15 ergibt zu, dass der Koran keinerlei Struktur hat und erfindet seine eigene, die mit der Entstehungsgeschichte des Universums anfängt. Das bringt uns jetzt zu Seite 18. Und okay, eigentlich ist hier Schluss, aber ich gehe mal kurz darauf ein, um ein Beispiel zu haben und zu zeigen, wie leicht es ist, die dann individuell aufgestellten Behauptungen zu widerlegen. Und das werde ich ja Stück für Stück in einzelnen Videos dann machen. Aber was wir immer berücksichtigen müssen, ist die Prämisse, dass alles Teile dieser höchst akkuraten Auszüge aus dem Koran sind, was er ja eingangs behauptet hat. Naja, und hier geht es dann auch gleich munter los, da die Beschreibung des Korans, das Himmel, 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 was immer da auch heißt, so wie die Erde, genau sechs Tage. Also die Erschaffung des Himmels und der Erde, sechs Tage Betrug. Okay. In der Bibel blieb dann irgendwie so der Sabbat-Tag übrig, also wo Gott dann frei nahm oder wo alle Arbeit dann zu ruhen hat. Im Koran wird behauptet, der Schöpfer, Schrägstrich Gott des Islam, brauche keinen freien Tag. Ohne aber zu erklären, was er denn am siebten Tag so gemacht hat. Ein Freitag vielleicht? Okay. Seite 19. Bukai geht hier gleich in die Vollen. Behauptet, dass Tag als Wort nicht Tag heißt. So akkurat ist der Koran. Das Wort Tag ist ein Platzhalter für Eionem. Eionem. Deswegen steht auch Tag. Er erklärt aber nicht, warum es sechs Eonen oder sechs Stück von was immer das jetzt sind, warum das sechs davon sind und warum der Gott des Islam das nicht selber erklären kann. Und wo die Tage, also Tage, denn herkommen sollen, wenn weder Erde noch Sonne existieren. Also hier tun sich Fragen und Fragen und Fragen auf, die leider keine Antworten erhalten. Okay, also das war jetzt nochmal ein Beispiel. Und das ist jetzt eine Einführung in das Thema. Die einzelnen Behauptungen, die folgen dann später. Ich gehe das in kurzen Abschnitten durch, sodass jedes Thema, jede Behauptung eine kurze Abhandlung in sich bekommt. Vorstieg, Korrekturen und Kommentare sind gern gesehen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.